liebe freunde willkommen zu einem demo gameplay von one piece burning blood ich habe schon gespielt ich bin jetzt leider nicht der blind spieler weil ich gerne das zeug schon ein bisschen ausprobiert damit ich auch was darüber erzählen kann oder eben nicht oder schon oder keine ahnung jedenfalls hier ein oder zwei spieler ist ja logisch oh nein stimmt ich sie selber zurück wir nehmen alles zufällig natürlich auch das gleiche für die cpu okay frank ist glaube ich jetzt nicht so der hammer aber naja ich kann euch zu kurz erklären nein ich kann es nicht erklären aber ist eigentlich scheißegal weil wir wahrscheinlich eher einfach was drücken werden lustig ist immer also die reden immer die haben verdammten scheiß dialog alle also exist sicherlich springen und dann mit lies und dinges kann man hier dinges machen das weiß ich und das zieht ziemlich viel leben ab und mit kreis kann man abholen und ausweichen und blocken und mit dinges kann man kreuz wo wir so dass jetzt also und mit zwei tasten drücken das ist glaube ich schild break das hier und das ist und hier kann man kraft auf tanken okay wir wechseln war ja ja zwar ok ich natürlich schade und mit r1 kann man in die logier frucht genau und to him dash sehr schön alles klar und da kann man hat so kompass machen und das kann man irgendwie kombinieren so halb da 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 ja natürlich endgermann du 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 und der ist tot und mit r3 kann man noch in den also awake ist übertrieben Okay, geh vor. Ja, alles klar, man. Easy. Wahrscheinlich hin. Geh vor. Was soll der Scheiss? Tut mir leid für dir, falls ich jetzt die... Falls ich, wer wissen, Leute spoilern sollte. War nicht meine Absicht. What the f... Und jetzt kommt noch die Ultimate von ihm. Und? Oh. Bam! Ja, natürlich ist sie noch nicht. Das ist so die Ulti wahrscheinlich. Nehme ich mal schwer an. Also ich muss sagen, ich... Find's... Nicht mal so schlecht. Oh, da ist Red Hawk. Ja, natürlich. Alles klar. Das ist der Konter. Mann! Das ist... Mh... Ja, natürlich. Sehr gut. Ja, natürlich zählt's nicht. Warum nicht? Schade. Ah ja, und oben links die blaue Leiste, da ist dann der Super-Modus. Oh, jetzt bin ich dann gleich tot. Schade. Ah, Mann. Ich will doch den Fassaden... Ey, komm schon. Das ist voll am Spinnen, Alter. Die CPU kann echt nerven manchmal. Die Specials durchhauen. Okay, das war's. Okay. Und ich glaube eben, man kann mit dem... Man kann auch navigieren mit dem Joystick. Und dann hat man... Ach, scheiße. Jetzt hab ich nochmal. Ja, egal. Ey, das wär eigentlich auch noch lustig. Aber warte mal, vielleicht können wir abbrechen. Das weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie's geht. Aha! Da hätten wir noch die Befehlsleiste. Ah, guck jetzt. Hier kann man irgendwas mit dem Mann noch... Das hab ich nämlich noch nicht gesehen. Okay, das ist alles miteinander drücken. Okay, wir haben immerhin noch was rausgefunden. Äh, nein, 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 nein. Meistens jetzt ist das das Unterste. Ja! Ah, juhu! Ha, ich kann japanisch, haha. Also jetzt nehmen wir einfach Ace und der Rest ist Zufall. Okay, gut. Wenigstens Frankie nicht mehr. Obwohl, Frankie ist eigentlich noch ziemlich lustig. Okay. Ja, let, 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 let. Ich muss sagen, das Spiel werde ich mir wahrscheinlich holen. Was einfach lustig ist. Es ist was anderes. Nehmen wir Storm-Serie und ich glaube, das ist auch gut so. Ähm, ja. Ja, ja, schon gut. Wenn man ein bisschen damit rausgefunden hat, wie man, wie man's machen muss. Oh Gott. Alles klar. Ah, ich hab keine Lokia-Dinges mehr zur Verfügung, verdammt. Ich hab noch nicht ganz rausgefunden, wie man dasht. Das hab ich ehrlich gesagt noch nicht rausgeholt. Ja, man kann irgendwie... Ey, komm schon! Manchmal, ey, wenn die dich zuspämmen, ich seh's schon. Also, lustig wird's ja nicht grad. Schade. Ototo. Das ist so typisch Aokishi-Dingens. Oh. Oh. Wir haben... Yo. Ah, nein. Das war nicht ich, ja? Ah, das ist für oben? Ja, 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 ja. Mhm. Okay. Hä? Das hätte jetzt eigentlich... Wäre egal. Bam! Das ist der... Ja, gut, jetzt hab ich halt einfach... Ey! Das hab ich auch noch nicht so mit dem Wechseln und so. Das hab ich auch noch nicht ganz begriffen. Boah, wie viel das abzieht, man. Oh, komm schon. Jetzt komm ich! Ja, geht doch. LOL! Ja, genau. Ah, Entschuldigung. Ah, nein. Nein! Oh, scheiße. Ah, die lädt sich nur auf, wenn man nichts macht. Oh, nein, da muss man tödlich. Ja, toll. Und auch das Erholen ist ziemlich behindert. Alles klar. Ja, natürlich hab ich den mir noch getroffen. Guckt's euch an! Das... Ha, ha, ha! Bum! Red Dog! Ja! Verdammt, verdammt! Und ich hab... Auf allem fast kein Leben mehr, ne? Rieseli Magnum! Schade. Du, 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 du! Haha, das ist zu dumm. Aber ich find's einfach lustig. Ja, cool. Ja, cool. Wieseli Hüten! Alles klar. Haha. Aber lustig ist... Ist der vierte Gear. Ja, jetzt geht der auch, denkens. Komm, natürlich der, ist ja logisch. Das find ich cool. Dachte, weißt du, das ist halt auch ein bisschen so schön, ähm, Anime-getreu und so. Ja, Ruffy macht alle fertig. Oh, schade. Ein Unentschieden! Tja, liebe Freunde. Das war's dann mit Burning Blood soweit. Ähm, gibt viele Special Moves, das muss man sagen. Und, äh, das mal ganz mit dem Kommus und so, das muss man halt noch ein bisschen ausfinden. Ich denke, das wird sich dann auch ein bisschen zeigen, wenn man das Spiel auf Deutsch hat. Oder, noch anders gesagt, wenn man weiß, was man macht. Oder was man genau kann und was nicht. Ja, ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, euch hat das gefahren. Oh, ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen auf das Spiel. Holt ihr es euch oder nicht? Das ist auch meine Frage. Jetzt, äh, nachdem ihr vielleicht die Demo gespielt habt oder nicht. Oder nachdem ihr das ein bisschen gesehen habt. Ähm, ja, wir sollten die japanischen Japsen abkannt haben und das runterzuladen. Geht sonst leider nicht. Ja, ich würde sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Peak Rider. Tschüss zusammen!